Yo Leute, herzlich willkommen zu Tommy's Watcher. Ich habe ein Glitch für euch, ein Super Jump Motorrad Glitch. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. Befindet sich an diesem Ort der Karte. Ihr braucht ein Motorrad, so wie das ungefähr. Dann müsst ihr genau an der Kante jetzt den Stick nach hinten, so dass er hoch fliegt. Klappt nicht beim ersten Mal. Man braucht ein paar Anläufe dafür. Ich habe auch ein paar Anläufe dafür gebraucht. Und ja, dann habe ich es gleich nochmal probiert. Aber man fliegt richtig weit hoch, wie ihr jetzt gleich seht. Und Stick nach hinten. Hat immer noch nicht geklappt. Wie gesagt halt, es klappt nicht beim ersten Mal. Ja, jetzt war hier so ein Passant, der natürlich Stress gesucht hat. Scheißegal. Weiter geht's. So, nochmal der dritte Anlauf. Und Stick nach hinten ziehen. Davor fahren und zack, da seht ihr schon. Da fliegt er richtig hoch. Das ist auf jeden Fall richtig lustig. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Ich würde mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht sogar ein Abo. Momentan stehe ich ja noch bei den 74 Abonnenten. Ich würde mich mega, mega, mega doll über die 100 Abonnenten freuen. Da würdet ihr mich richtig glücklich mitmachen, Leute. Und ja, die Tage kommen, wie gesagt, auch noch ein paar Wallbredges halt hoch. Ne? Und ja. Ich bin dann mal raus, Leute. Und sag tschau. Euer Tommy's Watch. Peace. He-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heh-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-Heih-